Es war Hungersnot im Land Gideons. Der Feind hatte Jahr für Jahr die Ernte geraubt und verbrannt. Es war sehr schwierig und sehr eng geworden für das Volk von Gideon. Aber niemand sah sich in der Position, etwas zu unternehmen. Vielmehr hatte das Volk es so gemacht, dass sie Gott immer mehr zur Seite gerückt hatten. Sie hatten das Wort Gottes und seine Maßstäbe einfach als nicht mehr die erste Priorität beachtet. Sie hatten sich nicht mehr danach ausgerichtet, sondern einfach sich anderen Göttern wieder zugewandt. Die anderen Götter waren viel mehr im Fokus als Gott selbst. Und deshalb war eine offene Tür da, durch die der Feind einfach einmarschieren konnte, um zu rauben und zu verbrennen, was es gab. Ich denke mir, oft ist es so, auch in unserem Leben, dass da Bereiche sind, die wie dieser Raub durch den Feind bei Gideon sind. Da sind schwierige Beziehungen, da sind beraubte Ehen, da sind gesundheitliche Fragen, da sind Finanznöte. All das sind auch Dinge, die wir schmerzhaft erleben. Und wo wir einfach sehen, wie der Feind eine offene Tür vielleicht hat, durch die er einmarschieren kann, um zu rauben, was es da zu holen gibt. Zu Gideons Zeit war es so, dass Gott Eingriff und eine Strategie an Gideon gab. Und die war sehr alltagsbezogen und spektakulär, würde ich fast sagen. Gideon wurde von Gott angesprochen als starker Held. Aber Gideon sah sich selbst gar nicht so. Im Gegenteil, Gideon sah sich eher schwach. Aber Gott sah etwas, was in der Vollendung sich ganz anders darstellte, als das, was Gideon jetzt im Moment sah oder empfand. Und Gott gab Gideon einen Auftrag, wie er gegen diesen Feind losmarschieren sollte. Und das war auch ungewöhnlich. Gideon sollte mit leeren Tongrügen, mit Fackeln und mit Posaunen gegen diesen Feind losziehen. Aber das Entscheidende daran war, nicht in seiner eigenen menschlichen Stärke sollte er losziehen, sondern in der Stärke Gottes. Und in einem Vers lesen wir, dass der Herr sagt, ich werde mit dir sein. Das ist der entscheidende Satz in dieser ganzen Geschichte. Ich werde mit dir sein. Wenn du in deinen Bedrängnissen steckst, jetzt heute, dann mach es auch so, dass du auf das Wort Gottes ganz neu hörst, dass du ihn bittest, dass er dir eine Strategie offenbart, wie du beten sollst, wie du vorangehen sollst, wo du vielleicht Türen, die offen sind, schließen musst, dass der Feind nicht mehr da reinmarschieren kann und Dinge rauben kann. Vielleicht muss da Vergebung und Wiederherstellung kommen. Vielleicht musst du mit Menschen Dinge bereinigen. Aber zieh aus in der Stärke Gottes. Schau auf das, was Jesus tut. Schau auf das, was der Herr sagt. Im Neuen Testament lesen wir, lass uns hinschauen auf Christus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Dieses Hören auf Gott, auf seine Strategie, das, was er dir sagt, in dem geh in deine Situation ganz neu in Angriffsposition, ganz neu in das, dass du sagst, mit dem Herrn ist kein Ding unmöglich und ich verlasse mich darauf, dass Gott sagt, und ich werde mit dir sein. So wie bei Gideon. Er ist bei dir. Du gehst nicht in deiner eigenen Stärke, sondern du gehst in der Stärke Gottes. Er ist an deiner Seite. Er rüstet dich aus zum Kampf und er will deinen Kampf führen. Du kannst dich darauf verlassen und neu darauf berufen, dass er sagt, ich bin bei dir. Ich wünsche dir, dass du erlebst, Gott hat mehr für mich.